So, hey Leute, Flugsimulator-Freunde, ETC. Ich befinde mich hier gerade im Anflug auf Rodos. Ich komme von München, fliege gerade auf Iwao, auf keiner Frequenz, aber hinter uns Rodos-Stadt. Ja, es war, die, die auf Iwao fliegen, wissen es vielleicht, jetzt wo ich hier gerade fliege, war das Real-Flight-Event in München. Ich werde auch dann später wieder zurückfliegen nach München von hier. Ja. Wir sind konfiguriert, Klappen 30, Outbreak 2, Landegeschwindigkeit 190. 49 Knoten, wir haben noch relativ viel Sprit. Das sieht alles gut aus, sind die Speedbrakes gearmt, jetzt schon. Oh je, wir haben ordentlich Seitenwind. Hier zu sehen, an dem Pfeil. Okay, und damit es nicht so langweilig wird. Autopilot aus, Schubkontrolle aus, Flight Director. Kriege ich nicht aus. Egal. Und wir fliegen manuell. Jetzt bin ich mal kurz ruhig und halte meine Klappe und genieße die Lande. 500. 500. Oh, es tut mir so, es tut mir leid. Ich weiß nicht. 400. 300. Approaching Minimums. Minimums 100 50 40 30 20 10 Uiuiui Katastrophe Wundert euch nicht, ich habe noch keine Seitenruderpedale, sondern nur meinen alten Joystick, theoretisch. Deshalb muss ich am Boden auch den Joke benutzen. Das ist zwar kacke, aber... Was ist das? Hm, so. Das Reinklappen ab, Flips ab. Also die Landung war jetzt nicht so prickelnd, lag aber daran, dass ich rausgetappt bin. Und die Lautstärke verändert habe. Dann APU an. Ja, natürlich. Natürlich auch Landing und Taxi-Light vergessen. Held, da bin ich verpeilt. Und den Taxi-Ref. Das ist jetzt nicht wahr. Da steht Zaun. Fick dich, Flughafen. Ja, natürlich. Ich rolle auch noch am nächsten vorbei. Ist klar. Alter. Moine Fräse. Was ist das für ein behinderter Zaun? Ne. Irgendwas ist an dieser Szenerie sehr merkwürdig. Egal. So, wir rollen auf den Parallel in Taxi-Way zur Runway ein. Wir gehen uns zu den Gates. Und ich bedanke mich auch damit dann auch schon fürs Zusehen. Die Landung war wirklich kacke. Das regt mich gerade auch selber auf. Aber das werden wir mal machen. Ja. Wenn ihr selber fliegt, weiterhin da auch viel Spaß. Ich fliege jetzt noch zurück nach München. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.